Hallo zusammen, wir sprechen heute über die Seele der Lernkultur und das Verhältnis zwischen Begabung und staatlichen Vorbereitungen. Du hast das bestimmt schon selbst einmal erlebt oder erkannt. Dass die ausgeführte Praxis einer von dir gut verstandenen Dynamik eigentlich etwas ganz anderes ausmacht, als das, was wir vorher durch Theorien und Schulmaterial vorgesetzt bekamen. Ich führe jetzt erst einmal einige populäre Begriffe ein, damit wir diese möglichst verständnisvoll abklären und somit dann zum tiefsinnigen Thema übergehen können. Beginnen wir mit dem Begriff Autodidakt. Ein Autodidakt ist ein Mensch, der sich selbstständige Wissen oder Fertigkeiten, Fähigkeiten aneignet bzw. durch Beobachtungen, Versuche, Übungen oder Lektüre eigenständig erworben hat. Ein selbstgerichteter autodidaktischer Lernprozess wird auch als Selbststudium bezeichnet. 70 bis 90 Prozent der Lernprozesse Erwachsener finden außerhalb von Bildungseinrichtungen statt. Das ist ein sehr interessanter Wert und ich bin mir sicher, das wird die meisten gar nicht verwundern. Dann werden wir uns fragen, was haben wir eigentlich mitgenommen von der Schule, selbst von der Uni? Dann bleibt da nur ein Bruchteil übrig, wenn wir der wirklich nackten Realität und Praxis hinterher begegnen. Aber trotzdem hat das Schulsystem bis heute keinen Weg gefunden, alternative Schulsysteme, jetzt mal so als Beispiel des Waldorf-Prinzips, zentraler zu binden und dahingehend den Geist in uns viel großräumiger zu betrachten, um ihn damit auch viel mehr zu respektieren. Denn das, was wir auf Erden viel mehr respektieren, ist leider oft das oberflächliche Schulsystem und die Angst, ohne das Druck- und Bestrafungssystem, dann nicht von den Pralinen der Kultur naschen zu können. Eine Konditionierung, die den munteren Geist irgendwann auch aus Angst ermüden lässt, dann überhaupt noch seine eigenen Wege gehen zu wollen. Eigene Wege bedeutet jetzt in diesem Fall auch nicht, um das mal eben zu erklären, dass jeder Mensch übermorgen nach seiner wilden Idee jeden künstlichen Titel abgreifen kann, sondern, dass wir einfach notwendigerweise flexible Möglichkeiten vorbereiten, damit jeder Mensch an die entscheidende Praxis gelangen und somit seine Begabungen orientieren kann. Denn wie wir wissen, ist der Gehalt unserer Seele so unfassbar komplex, dass wir ihn nicht einmal verstehen, sodass wir zwangsläufig auch immer flexibler arbeiten müssen. Aber ja, ein reaktionäres Schulsystem mit diesen Stereotypen-Elementen formt dann auch eigentlich nur die Lobby der ewig gestrigen Banausen, die sich dann auch noch davon bereichern lassen, dass Menschen sich darauf einlassen. Aber sie müssen sich ja darauf einlassen. Zu groß ist die Angst, in diesem Staat zu scheitern und wo wirst du dann aufgefangen? Willst du arm werden? Ja. Wir haben staatliche Ressourcen, um aufgefangen zu werden. Aber wenn man sich aktuell auch da befindet, befindet man sich auch wieder in diesem Peitsch- und Bestrafungssystem, wenn man nicht gehorcht und doch irgendwie seiner Seele folgen möchte. Ja, und deswegen werden dadurch auch immer wieder wundervolle Menschen psychisch erfasst und leiden dann eben unter psychischen Erkrankungen. Aber dieses Thema werden wir später nochmal vertiefen. Ja, kommen wir zum informellen Lernen. Das informelle Lernen bezeichnet ein Lernen in Lebens- und Arbeitszusammenhängen, das ursprünglich vor allem als ein Lernen außerhalb des formalen Bildungswesens angesehen wurde. Also außerhalb von Schulen, Universitäten, berufliche Fortbildungen. Seit den 90ern Jahren hat die Diskussion zum informellen Lernen stetig an Bedeutung dazugewonnen und wird sogar angeblich nach dem Stand 2021 in fast allen pädagogischen Bereichen und der Lernpsychologie thematisiert. Wie gesagt, nur thematisiert. Das bedeutet, dass es noch Generationen gebrauchen kann, bis alte Dingweisen irgendwo ausgerottet werden und sich irgendwas durchsetzt. Ja, also typische Mechanismen des informellen Lernen, das ist dann eben auch das eigene Ausprobieren. Umgangssprachlich, Learning by Doing, Versuch und Irrtum, Lernen am Modell, Feedback und Reflexion. Also eigentlich genau das, was wir hinterher sowieso machen in der Praxis und was wir als Menschen sowieso immer machen, um irgendwie zu unserem Selbst, zu unserer Persönlichkeit zu gelangen. Deswegen sprechen wir auch sehr munter und verständnisvoll von 70 bis 90 Prozent der Menschen, die so ihren eigenen Charakter bilden durch alles. Das, was uns hier zur Verfügung steht, was wir uns selbst irgendwie durch Neugierde, durch Leidenschaft irgendwie aneignen und danach suchen und nicht das, was immer auf dem Silbertablett oberflächlich vorgesetzt wird. Ja, der nächste Begriff ist die intrinsische Motivation. Das ist ganz einfach gesagt, die selbst entstehende Motivation aus uns selbst heraus, etwas gerne zu verfolgen, etwas gerne zu machen. Und das hat auch einen Gegenspieler, die extrinsische Motivation. Das ist die Motivation für ein bestimmtes Verhalten, das dann eben durch äußere Reize und Einflüsse hervorgerufen wird. Dabei tun wir dann Dinge nicht unbedingt aus innerer Überzeugung, Leidenschaft oder Lust, sondern das wird dann durch externe Motivatoren dazu motiviert, dass wir das machen. Ja, dazu sage ich aber gleich auch nochmal was zu der extrinsischen Motivation. Vorab möchte ich aber sagen, dass die intrinsische Motivation uns auch dauerhaft antreibt. Das führt zu einem selbstbestimmten Leben und macht uns zufriedener, weil das wahrscheinlich auch so ein Weckruf der Seele ist, das, was man irgendwie wirklich möchte, was zu uns gehört. Aber dazu haben wir nicht die Bandbreite in der Gesellschaft. Was die Seele will, ist relativ. Was der Staat gerade an für Ideen hat, politische Maxime, daran müssen wir uns orientieren. Und deswegen erkranken wir auch, wenn wir nicht da reinpassen. Und die extrinsische Motivation hingegen, ja, die kann dann eben auch das Wohlbefinden senken. Uns die Freude an der Tätigkeit nehmen und zu Gefühlen wie Angst, Stress oder innere Entfremdung führen. Solche Begriffe und Kassenschlage wie Burnout, ja, die sind ja heute nicht selten. Das sind auch die jungen Gesänge der Seele, die uns sagt, du gehst einen ganz anderen Weg, du fühlst das schon früh, aber du kannst nicht mehr anders gehen. Wo willst du hin? Was willst du machen? Dann hast du jetzt kein Geld mehr und du wirst auch nicht aufgefangen. Und da, wo du heutzutage aufgefangen wirst, ja, das ist natürlich auch wieder so ein Zucht- und Peitschesystem. Ja, die intrinsische Motivation könnte also, wie gesagt, auch als Weckruf der Seele verstanden werden. Als Reflexion für einen wirklichen Sinn, für eine Entwicklung und einen fortschrittlichen Gestaltungsraum. Natürlich mag der wirkliche Sinn für jeden Menschen anders aussehen. Ebenso darf aber auch keine staatliche Macht dazu führen, ihre temporäre Idee der sinnvollen sozialen Realität auf alle Menschen zu erstrecken, um ohne flexibles Staatspotenzial ein oberflächliches Schulsystem zu errichten. Das führte dazu, dass viele Menschen, auch Hochbegabte, sich nicht in dem herrschenden Gebilde wiederfinden konnten und oft darunter leiden müssen, sich auch schon suizidiert haben. Da wir Menschen eben nicht die Demut besitzen, als elitäres Kollektiv, sag ich mal, nicht die Demut, um das unbekannte Bewusstsein, unsere unbekannten Fragen der Existenz, mit viel mehr Freiheit zu verknüpfen, um daraus auch Freiheit zu gestalten. Wenn wir ja nicht wissen, was wirklich die absolute Gesundheit für den Menschen sein könnte, oh, dann einigen wir uns lieber auf maximale Flexibilität. Natürlich immer noch an einer Prüfung orientiert, ob der Mensch davon was versteht, was er macht. Oder ebenso ein Mensch, der völlig ohne dieses komplette Berufs- und Schulsystem auskommen möchte, weil er einfach etwas Neues verwirklichen möchte, was ganz anderes erkennt, und sich kreativ vor allem künstlerisch entfalten möchte. Auch da müssen wir sagen, ja, da entscheiden wir uns für die Freiheit. Das kennt ihr ja in meiner Argumentation, wenn es zum Thema BGE geht. Ja, so dass dann eben jeder Mensch in seiner friedlichen Gestaltung und Begabung einen Weg für seine Herangehensweise finden kann. Und wer möchte schon dem anderen unterstellen, dass er eine falsche Herangehensweise hat, solange er friedlich ist, wenn noch niemand von uns sagen kann, ja, wie sieht denn die Realität im Universum wirklich aus in anderen Dimensionen? Was würde Gott sagen? Was würde Mutter Natur sagen? Was sagt das Gebot der Natur? Was auch immer. Wir wissen es doch alle nicht. Also müssen wir uns zwangsläubig gewähren lassen, solange wir friedlich sind und niemand anderen schaden. Nur, weil eine elitäre Macht so ein lautes Echo hat, diesen sogenannten langen Hebel, ja, ist das noch lange kein Reiter der Realität. Das ist einfach nur wieder ein Beweis, wozu eine staatliche Lobby führen kann, wenn die dann ihre Konditionierung durchsetzt. Ja, denn die spätere Praxis aller irdischen Tätigkeiten, das ist der eigentliche Impuls, dann ob dahingehend Seele, Begabung und Kompetenz zusammenfinden. Das müssen wir einfach rausfinden. Das müssen wir vorher schon rausfinden, dass wir da Methoden entwickeln, bevor wir jahrelang irgendwelche Statistiken und Methoden abrufen und irgendwelche mathematischen Formeln noch anbieten, damit wir immer noch sagen können, ach, was wir früher mal erdacht haben, das Schulsystem findet immer noch irgendwie Besitz, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Bis man hinterher bemerkt, wow, habe ich jetzt jahrelang diese Scheiße hier auswendig gelernt und mich gestresst mit diesem vielen Schreibkram und jetzt brauche ich das nicht mehr? Ja, wir kommen auf der Erde. Ja, aber nochmal jetzt ganz wichtig zu dem Gegenspieler, also zu der extrinsischen Motivation. Selbstverständlich benötigen wir für jeden Ablauf einer ausbildenden Informationskultur und der Vorbereitung zur Praxis natürlich auch einen äußeren Reiz, der nicht von uns kommt, also eine extrinsische Motivation, die nicht immer unserer Motivation schmeichelt und dennoch notwendig für den Kontext der gesamten Ausbildung ist. Deswegen möchte ich das hier nochmal ganz klar trennen, nicht, dass wir hier so einen Chor bilden, und er sagt, wir wollen ja alles tun, alle tun, was es gut tut und lass mich so leben. Ja, eigentlich müsste man sagen, steht uns auch das zu. Kommen wir auf die Erde, wo kommen wir her, wer sind wir? Oh, ja, müssen wir uns jetzt den anderen anschließen. Eigentlich steht uns das allen zu, zu sagen, wir möchten das machen, was wir wollen. Aber um das jetzt einfach nochmal abzuklären, das natürlich auch manchmal wichtig ist, dass jemand sagt, hey, hier können wir uns verlässlich darauf einigen, ob das jetzt empirisch, akademisch so ist, dass wir dir zwar einen flexiblen Weg anbieten, um dahin zu kommen, aber manchmal musst du eben auch dann Informationen aneignen, die du vielleicht gar nicht magst, die aber wirklich bestätigt und mehr, die einfach so evident sind, dass man sagen kann, ja, das muss man auch mal in Kauf nehmen, wenn es jetzt nicht seinem eigenen Interesse schmeichelt, sage ich mal. Aber ich denke mal, das ist sowieso klar. Ja, gleichzeitig ist die extrinsische Motivation aber wie gesagt auch eine gefühlte Konditionierung eines Stereotypen-Schulsystems und findet auch weitere Glieder in der Vernetzung unserer medialen Impulse. Eine staatliche oder eben schulische Vorbereitung auf kreative, ähm, wie wollte ich sagen, also eine staatliche oder eben schulische Vorbereitung auf kreative, wirklich eigene Begabungen, das wird eigentlich, wenn wir jetzt mal das Waldorf-Konzept beiseite legen, eigentlich gar nicht gefördert. Es wird nicht gefördert. Es gibt schon große Namen, die dafür sprechen, selbst solche bekannte Gesichter wie Professor H. Lesch, der spricht auch schon dafür, dass wir die Kinder erstmal gar nicht mit unseren komplexen Sachen aus dem Alltag da konfrontieren, mit Mathematik, Statistik, erstmal kreativ orientieren, dass die erstmal wissen, mein Gott, wo fühlt sich mein Bewusstsein irgendwie richtig an, meine Seele, mein Guthaben der Existenz, ja, aber wir ernähren uns immer noch von dem Müll unserer Eltern und deren Eltern, natürlich ist nicht alles davon Müll, aber es ist einfach so wenig, was nicht dazu führt, wie wir uns irgendwie auf den Alltag, auf das Leben vorbereiten, auf so viele Facetten, die das Leben bietet, auch das, was wir selbst reflektieren, als Seele begreifen sollten, ja, das Ganze auswendig lernen, ne, dass wir keine wirklichen Bestimmungen ansegeln, dass wir lieber die Kinder nach Hause schicken mit der Angst, oh, ich muss die Hausaufgaben perfekt befriedigen, morgen ist eine Prüfung, da muss ich wieder irgendwas richtig machen oder ich werde bestraft oder meine Eltern bestrafen mich auch noch, mit diesem Druck sollten Kinder erst gar nicht groß werden und einfach nur dem reaktionären Saftladen unserer elitären Eitelkeiten gerecht werden, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, dass wir einfach nur diesen Menschen gerecht werden, damit dann der kosmetische Leuchtturm seinen Bedarf reserviert und das ungebildete Pack seinen Lohn kassiert, das muss man einfach so sagen, das muss man so sagen, glaub mir, das ist schon die sanfte Version jetzt von mir, ich verabscheue aufgesetze Pseudoetiketten, da die innere Wahrheit dieser staatlichen Abläufe wirklich keinen empathischen Fleiß integriert, Menschen, die wirklich etwas verändern, haben dann oft auch eine eigene emotionale Erfahrung gewonnen, um auch hier dann wieder diese Motivation zu bewahren, durchsetzen zu wollen, aber Politiker kämpfen selten um das höhere spirituelle Wesen der Seele, worum es immer letztendlich geht, um gesund zu bleiben, hier geht es dann ja um erfundene Ideen einer wirtschaftlichen Poesie und den Sandkasten für erwachsene Burschen, das ist wirklich so, die sich dann in den selbstgebauten Sandkasten, der eigentlich nichts mit der kosmischen Realität gemein hat, dann erfüllen, oh, schau mal hier, ich habe in dem zugrunde liegenden System bestanden, hier ist meine neue wirtschaftliche Idee, hier ist das, was irgendwie sozial anhört, das müssen wir doch verändern, natürlich, also darunter gibt es wie immer auch tolle Menschen, keine Frage, natürlich, auch welche, die mit viel Herz dabei sind und wirklich etwas Gesundes für unsere Gesellschaft erreichen wollen, leider sind dann aber wieder die verstaubten Gesichter einer ewig gestrigen Leistungssiktatur noch nicht ausgerottet und sitzen dann weiterhin in der stärkeren Relation. Motivation. Ja, nun gibt es auch hier noch eine verschleierte Motivation beim Thema intrinsische oder extrinsische Motivation, denn viele Menschen verstehen autodidaktisches, selbstmotivierendes Lernen als Leidenschaft des Lesens, und man würde Bücher nach seinem Interesse verschlingen, man wäre so ein Bücherwurm und daran wächst man dann einfach und fühlt sich gebildet oder ist auch gebildet, das ist aber ein Irrtum. Also, was ich sagen möchte ist, man könnte sagen, so würde man ja auch nur wieder eine weitere Alternative der Lernkultur befriedigen und da könnte man auch wieder gewisse Formen am lebhaften Schulsystem abholen, wäre eigentlich nichts anderes, nur man holt die Informationen woanders her und gibt sie dann auch wieder nur wieder, denn bei all diesen Themen ist eine Sache ganz entscheidend, es soll in keiner Form niemals um ein Auswendiglernen gehen, sondern um die Frage, wo steckt mein eigenes kreatives Potenzial, mit dem ich aus dem eigenen Geist heraus etwas Neues und eben Eigenes erschaffen kann. und nicht irgendwie nur etwas wiedergeben, ganz gleich, wie ich mich und wo ich mich gebildet habe. Man kann sich alternativ natürlich bilden und das ist auch wichtig und positiv, um überhaupt zu wissen, wo stehe ich selber mit meiner Begabung. Aber trotzdem sollte man sich fragen, ob meine eigene Herangehensweise auch nur fremde Inhalte integriert und ich diese dann später einfach nur wiedergebe. Jeder Mensch, der eine Persönlichkeit werden möchte, seinen Charakter ausbauen, seine Persönlichkeit ausbauen, der seiner Seele, Bestimmung, Identität und Heimat schenkt, der braucht ein leeres Blatt Papier vor sich, hier auf Erden, und an dem bildet man dann einfach seine eigenen Spuren. Man schreibt seine eigenen Begabungen auf, aus dem Nichts, ob das was künstlerisch ist, was wissenschaftlich ist, was auch immer. Das leere Blatt Papier ist immer deine Urkunde. Kannst du eigentlich wirklich deinen Senf irgendwo dazugeben? Oder bist du in dem Moment darauf angewiesen, nein, ich kann keine Melodie erfassen, ich kann keinen Songtext schreiben, ich kann nichts zu Beruf X sagen, zu Umstand X. Nee, und wenn wir was schreiben, müssen wir uns doch während des Schreibens fragen, oh, schwingen hier fremde Einflüsse mit? Wo bin ich wirklich ich selbst? Wo gebäre ich meine eigenen Identitäten? Schwierige Sache, aber in uns allen steckt das. Wir befinden uns nur leider nicht in einer Gesellschaft, die das nach vorne holt. Auch wenn die Kalendersprüche so groß sind, mach was aus dir und hier und da. Ein Scheißdreck ist es in der Realität. Was auch immer du gut kannst, studiere und erlebe das gegenwärtige soziale Milieu in diesem Bereich, welches dich interessiert, und frage dich dann, ob du etwas Eigenes dazu beitragen und auch progressiv ergänzen kannst. Ja, sonst bleibst du wie die meisten Menschen nur ein Lemming in der Truman Show und bestätigst deine Pseudokompetenz am emotionalen Belohnungssystem einer suggerierten Erfolgsilusion. Auch Menschen wie Schiller und Abraham Lincoln waren unter anderem auch Autodidakten, die vom informellen Lernen und der intrinsischen Motivation sich ernährt haben. Viele andere. Ich meine, selbst ja doch, doch, der Otto-Motor wurde auch, der erschöpferische Geist auch durch Autodidaktismus, Autodidaktisches Arbeiten erreicht. Eigentlich alles in der Wissenschaft. Wenn die Praxis einmal da ist, wirst du gefragt, verstehst du was davon oder nicht? Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Ja, und wenn wir auf die eigentlichen Inhalte unserer Persönlichkeit schauen und diese detaillierter betrachten, so erkennen wir, dass wir das meiste tatsächlich durch die Möglichkeiten des Lebens gewonnen und erlernt haben. Nur wenig bis nichts durch die Schule. Der Mensch liebte es schon sehr früh, durch eine immer wieder ersetzte Diagnostik seine Mitmenschen von oben zu ordnen und unbedingt ein System zu erfinden, an dem wir uns alle messen und dann erweitern können. Ob das dann die peinlichen IQ-Tests waren, die immer noch unfassbar peinlich sind. Ich meine, da gab es damals den Gartners Intelligenztest, der hat dann schon mal viel mehr Facetten des menschlichen Seins berücksichtigt, aber wenn du dann wieder zum IQ-Test gehst, hast du dann wieder auch diese typisch ewig-gessigen Stereotypen-Elemente, als würde man so dem großen Gehalt des Geistes irgendwie ein bisschen näher kommen. Aber gut, ja, wie gesagt, das sind das so peinliche IQ-Tests, ob die das von früher waren oder die ganzen Eignungstests aller Arten, Schulnoten, DNC, Psychotests von irgendwelchen Idioten reaktionärer Psychiatrien, ich hoffe, ihr wisst auch, dass das unser ICD, also das Klassifikationssystem von psychischen Krankheiten, dass das vor wenigen Jahren, so kann man sagen, noch klar und deutlich zu verstehen gegeben hat. Ich glaube, das war das ICD-11, wir sind jetzt bei ICD-10, ICD-9, oder ich weiß nicht, worauf es das genau war, aber da war Homosexualität noch als Krankheit erfasst. Und auch alle anderen Sachen werden immer wieder ergänzt, ganz munter, ja, das macht man da, da hat man das elitäre Recht dazu, Menschen werden immer stigmatisiert, aber wir korrigieren hier mit unseren neuen Heften immer wieder, oh, da haben wir doch was falsch gemacht, natürlich ist es gut, wenn man irgendwas korrigiert, aber der Anspruch, dass diese Idioten überhaupt irgendwas verstehen würden, nachdem die gar nicht darauf vorbereitet wurden, außer mathematisch geprüft worden zu sein, ein lächerlicher Witz. Naja, und nicht nur das, auch Störungen wie Borderline wurden mit eiskalten Lügen so in das Buch, in das Schulsystem übernommen, mit eiskalten Lügen bis heute, da musst du dich schon alternativ bilden, oder eben auf meinem Kanal, um zu wissen, wie solche Psychodynamiken wirklich aussehen. Ja, es ist eben eiskalte Venni-Psychologie. Jedenfalls kommen dazu natürlich noch sonstige statistische Papiere für Berufsausbildungen, ohne tatsächlich Praxisnähe, ja, doch alles, was wichtig ist für unsere Seele und Begabung, das wird eigentlich gar nicht hinterfragt, aber berücksichtigt. Man baut um den Kern der entscheidenden Existenz seine Staatsrealität drumherum, weil der Mensch eben keine komplexen Fragen unseres existenziellen Seins beantworten kann und dann lieber sinnlose Systeme abschüttelt, damit die Ordnung viel greifbarer ist. Wenn man ja weiß, oh, wir wissen ja gar nicht, wie es wirklich hier aussieht im Universum mit uns hier auf dem Planeten, was der Mensch wirklich braucht, auch irgendwie ständig bringt sich einer um, irgendwo müssen wir uns ja einigen. Nehmen wir das, was einfach und greifbar ist und wo die Menschen dann irgendwie was auswendig lernen können und dann auch dadurch noch viel mehr gestresst werden, als irgendwie Wege zu finden, wo sich die Wege, die Seele wirklich fühlt, fühlt. Aber gut, ja, wie soll man auch 100 Milliarden Variablen, mal klein gegriffen, 100 Milliarden Variablen der Seele berücksichtigen, die Fragen der Nicht-Lokalität des Bewusstseins, die noch mit Einzelbeziehen, die jungen Fragen der Quantenphysik, der tiefste in der Menschen ohnehin schon psychisch leiden lässt, weil sie unbewusst und manchmal auch klar fühlen, wie oberflächlich unsere sozialen Abläufe sind und wie vielseitig das Potenzial des Geistes ist. Schöpfung und Liebe, das ist eigentlich so alles. Denn diese beiden Worte beinhalten schon unzählige weitere Worte. Aber der Mensch will ordnen, auch wenn er nichts versteht. Also ordnet er nach dem elitären Machtpotenzial eines gegenwärtigen Herrschaftsinstruments und bildet ethische Abstimmungen, um vom höchsten Posten einer Lobby dann etwas verwirklichen zu können, was sich dann als Idee in der Realität umsetzen lässt durch die richtige Abstimmung. Würden die vielen Millionen Menschen als Beispiel, die eine Nahtoderfahrung hatten, würden die plötzlich in der Politik sein, auch wenn die gar nicht wollen und sich da gar nicht auskennen, um mit dem Leben dort umzugehen. Aber wir Menschen, wir alle hätten wieder wirklich frei zu sein und das Schul- wie auch Berufssystem zu durchschauen. Nicht mehr für die Arbeit zu leben, sondern für die wirkliche wahre Arbeit, für den Ausbau deiner Persönlichkeit, denn diese bestimmt das Vermächtnis deiner Ewigkeit. Natürlich brauchen wir alle diese Berufe hier, aber das Gleichgewicht ist unfassbar unbalanciert. Die Arbeit, die du wirklich kompetent durchschauen kannst, das ist wichtig. Nichts, was man dir irgendwann mal vorgeschlagen hat, wo du dich drin befindest, auch an der Uni, wissen viele nicht, was sie wollen, aber irgendwo muss das NC ja hinpassen. Wir haben auch keine Zeit, der Druck wartet, der ist immer da, sonst hast du keine Kohle, kein Ansehen und keine von Menschen erdachte Prestige Identifikationen. Alles, was uns durch unsere genialen Berufe so bereichert, das würde sogar noch mehr aufgehen, wenn es plötzlich Menschen machen, die wirklich dafür geeignet und motiviert sind. Das glaubt ihr, weshalb die Psychologie so einen schlechten Ruf hatte oder immer noch hat, gerade so im psychiatrischen Sektor, weil sie nicht nach Begabungen orientiert oder fragt und einfach jeden Idioten besetzt, der ganz andere Themenbereiche als die Psychologie beherrschen kann, um dafür dann in diesem Feld berechtigt zu sein. Da geht es um Statistik, mathematische Ideen, perfekte NC-Quoten. Doch was sagt der NC bitte über deine Begabungen zur Psychologie aus? Was sagt er überhaupt aus, wenn die Praxis immer etwas ganz anderes abverlangt? Aber das System muss natürlich unbedingt eine prätentiöse Eleganz vermarkten, damit alles bedeutend und komplex erscheint, außer die Ausbildung selbst. Die wahre Psychologie ist tatsächlich sehr kompliziert oder die Fragen dahinter, da alleine das Bewusstsein unbekannt und das neuronale System mit unserem biochemischen Potential noch weitgehend unerforscht ist. Aber die einzige Komplexität bleibt das sture Lernen stressiger Schulideen. Was bringt uns ein tiefsinniges Schulsystem mit dem Recht auf seelische Freiheit und Demut gegenüber unbekannten Fragen der Existenz? Denn immerhin wäre es ja sehr verlogen, ein System auf der Grundlage der existenziellen Unwissenheit zu bauen, wenn man sich dann auch im Recht befindet, dann auch noch Menschen nach seinem politischen Sinn zu missbrauchen, dass die sich nach dem eigenen Sinn einkleiden müssen, ansonsten bestraft man die eben mit keinem Geld. Basta. Denn wer keine großen Fragen des Lebens beantworten kann, sollte im Zweifel immer die Freiheit anbieten, konsequent. Da wir eben nicht wissen, was jede Seele wirklich benötigt. Wir wissen nur, dass Menschen immer mehr erkranken, seelisch erkranken. oder brauchen wir noch mehr suizidale Fälle, tägliche, stündliche, minütliche Selbstmorde, weil der Anstieg psychischer Erkrankungen auf einem Höchstwert liegt und alles noch schlimmer wird. Und es wird noch schlimmer, sollte es nicht endlich ein BGE geben und psychologischen Fortschritt auf allen Ebenen unserer Kultur. und nicht diese ganzen Wenn-die-RTL-Phrasen, wenn es dann irgendwelche Psychologen, die dann sogar noch einen Doktortitel haben oder einen Professor sich dann in die Sendungen setzen. Kennt man ja noch aus den 90ern. Wie kompetent unsere Psychologen sind, die überall eingeladen wurden, noch in den seriösten Sendungen. Was sagen sie zu dem Anschlag? Was sagen sie zu dem Massaker, zu dem Amokläufer an Schule X oder zu dem Mordfall da? Ja, da wurden ja auch dann Killerspiele, sogenannte Killerspiele konsumiert oder wurde Musikrichtung X gehört, da sollten wir mal mehr beobachten und so weiter. Ich weiß, was ich meine. Das ist so peinlich. Wie gerne wäre ich da in der Sendung gewesen? Hätte ich mir gerne eine Anzeige geholt. Hauptsache ich könnte solche Menschen mal beleidigen. Das ist so traurig. Ja, willkommen auf der Erde. Und ja, was bringt uns also ein tiefsinniges Schulsystem mit dem Recht auf seelische Freiheit und Demut gegenüber unbekannten Fragen der Existenz? Ein System, an dem wir Flexibilität erproben gemäß der seelischen Notwendigkeit, damit wir verschiedene Wege zur Praxis erkennen und Kinder auch kreativ selbstreflektierend und seelisch darauf vorbereiten. Alles in einem neuen Glanz einer sozialseelischen Kompetenz. Zusammenhaltskultur, Benotung mal für was ganz anderes, Benotung für loyale Gesten und Empathien. anstatt für Mathematik. Ach, morgen muss ich zur Schule, ich habe gar nicht für die Mathematik gelernt, ich kann schon nicht schlafen, mir ist schlecht. Man sollte mal Angst haben, zur Schule zu gehen, ob man richtig bewertet wird, weil man vielleicht den Tag vorher mit einer widerlichen Gruppendynamik ein unschuliges Kind bedrängt und beleidigt hat, gemobbt. dann gibt es vielleicht auch irgendwann wirklich weniger Mobbing. Dazu reflektieren wir dann noch alle sozialen Trends, Ideologien und Subkulturen, damit wir auch hier alle Metatrends der jeweiligen aktuellen Kultur antizipieren können und die Auswahl von destruktiven Kulturphänomenen, also siehe Teile der Musik oder Kultursprache, ihr wisst vielleicht, was ich meine, dass wir das auch abschaffen können. Denn was cool und irgendwie Trend ist, das ist total relativ. Das kann sogar eine Umarmung gegenüber Fremden auf der Straße sein, das kann so cool sein, dass dieser Hype sogar dann auch wieder mit Zähnekleidungen und Symbolen geformt wird. Denn das Kind kann nur das als Maßstab und Trend heranziehen, als Gewohnheit und Reflexion seiner Umweltsbegegnung, was eben auch in seiner Umwelt gelebt wird, gesehen und erkannt, extrahiert. Und weil Medien wie Politik solche Umstände noch fördern und viel zu ungebildet sind, um solche Inhalte überhaupt zu verstehen, dafür möchte ich am liebsten kollektiven Piep in der Politik fordern. In einem tiefsinnigen, flexiblen und geistig orientierten Schulsystem dürften Seelen wieder ihrer Existenz nachgehen. Weshalb wir überhaupt hier auf Erden sind, das vergisst man, weil wir so abgelenkt sind von dem ganzen Motor der materiellen Ordnung und emotionalen, des emotionalen Missbrauchs von Leistung, Belohnung, besser, schlechter, Bewertung, mehr, weniger, XY, Weltbild A, C, B, was auch immer. Seelen könnten, wie gesagt, endlich wieder ihrer Existenz nachgehen, sich sogar selbstständig kreativ entfalten und bekämen dann dafür sogar trotzdem ein Einkommen, wenn man dazu jetzt sogar noch das BGE einholt, weil einfach jede Seele auf Erden ein Recht auf Verwirklichung hat und für seine Träume aufgefangen werden muss. Was gibt es Schöneres als Menschen, die mutig etwas versuchen, was Bereicherndes, was Kreatives, was Soziales, sich nicht den Gleichschritt anschließen und alles gleich machen und wiedergeben, damit man irgendwann im Sterlbett sagen kann, oh Mist, jetzt bin ich vielleicht aufgewacht, habe ich eigentlich nie gemacht, was ich wollte, aber wer reflektiert schon die Konditionierung seit jungen Tagen? müssen eigene kreative Impulse anbieten. Ich selbst mache nichts anderes mehr oder zum größten Teil und auch ich muss dafür sehr viel leiden durch diese Konsequenz, aber ich kann mir dafür in den Spiegel schauen und bin auch irgendwie stolz. Ich hoffe natürlich auch, dass jemand mein eigenes Projekt hier jemand entdecken und fördern wird. Meine neuen Aufklärung auch zur Psychologie, die bisher glücklicherweise sehr gut angekommen sind und dass ich mich dann damit auch irgendwie irgendwann finanziell absichern kann, damit ich diesen harten Kampf hier gewinne. Dann glaubt mir, wenn ihr einmal es macht euch krank, hier noch irgendwas zu machen auf Erden und ich möchte gar nicht, wenn ich da mit anderen Ärzten aus der Nahtodforschung spreche oder auch Medizinern, die selbst eine Nahtoderfahrung hatten, schwer für die, schwer für die, nochmal in den akademischen Disput zu gehen, wenn du das einmal durchschaut hast, was die Seele braucht und wo wir hier gefangen sind. Aber das ist ja eben der Weg der Entwicklung und es ist ja schön, dass wir uns trotzdem entwickeln. Irgendwie muss man sich ja doch noch Mut machen. Ich selbst steige auch gerne mal tief hinab, muss ich sagen, um zu sehen, was unser Staat wirklich bietet. Er könnte sogar viel bieten. Wir haben die Polster eigentlich oder den Weg dahin schon ein paar, nicht alle. Ein paar Polster haben wir schon. Aber die falschen Leute sitzen wie immer in Hebel oder zu größten Teilen. Wer könnte jetzt augenblicklich erklären, woher wir Menschen, Seelen, alle stammen? So als philosophischer Abschluss mit auch einem gewissen Sinn dahinter. Wer könnte das jetzt alles erklären? Wie ist das Universum entstanden? Welche nicht sichtbaren Dimensionen und Bewusstseins Identifikationen innerhalb dieser Frequenzen gibt es? Ich klopfe hier auf meinen Tisch. Das ist eine Frequenz, eine Materie. Hier um mich herum könnten Milliarden andere Realitäten sein, die jeweils auf den Tisch ihrer Frequenz und materiellen Ordnung setzen müssen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen ist das für viele Menschen immer so schwierig zu verstehen, warum so viele andere Geister um uns sind. selbst sind der Geister in unserer Leiblichkeit, unserer jeweiligen Stofflichkeit. Das ist doch relativ, was wir hier als festen Widerstand begreifen. Das sind unsere Erfahrungen, unsere Worte, die sich damit einbeziehen. Versteht ihr? Das kann für jede Dimension anders sein. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Dimensionen, die wir gemeinsam sehen, verschiedene Planeten, wo wir gemeinsam Kulturen austauschen könnten, andere Zivilisationen und so weiter, vorne, hinten, schlechter, was auch immer. Aber ebenso gibt es Dimensionen, die wir nicht überall sehen. Wer kann das alles erklären? Wie viele Triaden, Variablen brauchen wir jetzt, um das zu erklären? Und wohin gehen wir? Was ist das schöpferische Bewusstsein des Universums? Sind wir alle in Teile des Lichts? Sind wir alle Teile des Lichts, die dann nach einer irdischen Erfahrung immer wieder als Ganzes verschmelzen und metaethisch reflektieren, was wir hier erfüllt und erlebt haben? Und wo ist mein Bewusstseinslicht in diesem ganzen Verhältnis? Was ist Gott? Wie kann aus Nichts nichts entstehen, wenn doch alles einen jüngsten Effekt braucht? Wie könnte Gott direkt Gott sein nach seinem eigenen Befinden ohne die Idee der Worte, wenn ein Bewusstsein doch nicht aus dem Nichts plötzlich alles erschaffen und sich als das alles Ganze hier verstehen kann? So müsste sich ja auch Gott fragen, warum bin ich hier und wer hat mich eigentlich erschaffen, dass die Menschen mich Gott nennen? Ist Gott das Bewusstsein der Reflexion des ursprünglichen Bewusstseins und der Erkenntnis genau dieser Entstehung und der Rückführung dieser Bewusstseins Entstehung, was uns jetzt gerade fehlt? Aber würde sich auch dieses mächtige Bewusstsein dann fragen, woher eigentlich das Potenzial kommt, dieses komplexe Entstehen und meinen reflektierenden Ursprung dahinter zu verstehen und warum kann ich diesen Ursprung verstehen mit dem aktuellen Gebilde des Hey, ich bin, ich kann, ich weiß und woher die Impulse, das mir überhaupt so im Gedanken fühlen oder sagen zu können? Auch dann wahrscheinlich in einer anderen Kommunikationssprache, die nicht mit Worten zu tun hat. Ah ja, woher die Energie des Status, Bewusstsein, woher die Eingebung, das Schöpferische zu sehen, wenn auch diese Energie als Ursprung wieder einen Ursprung braucht und auch deren Ursprung einen Ursprung und so weiter und so weiter. Es macht verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass alles einen jüngsten Effekt braucht und keine Logik des menschlichen Geistes, das hier auf Erden verstehen wird. Das macht uns einfach nur verrückt. Diese Fragen stelle ich jetzt, auch wenn sie jetzt ein bisschen chaotisch sind, so intuitiv, wenn bei mir einfach so rauskommen, aber diese Fragen stelle ich, damit wir uns ein paar meiner kleineren Gedanken berücksichtigen, wenn wir uns dann fragen, wie groß sind denn eigentlich die Fragen der Umwelt, der Vorbilder, des Schulsystems, der Medien und Politiker, um eine Gesellschaft zu bilden, die sich wirklich im Geiste sucht und nicht im Ständedenken des materiellen Schwanzvergleichs. Ich persönlich, da wäre ich auch ein Heuchler, wenn ich sage, ich liebe nicht unsere menschlichen Erfindungen, das sollen wir doch auch, auch das ist wieder ein kreatives Ergebnis, alles was wir bisher erschaffen haben, hier auf Erden, aber es geht auch um was anderes und eben nicht das Bewusstsein dahinter, damit Menschen sich nach unterschiedlichen Klassen orientieren, darum geht es ja auch viel mehr, um das Bewusstsein hinter dieser materiellen Erfahrung, wie man Dinge schätzt und ja, damit Menschen wie gesagt sich nicht nach unterschiedlichen Klassen orientieren, die Menschen die oft ganz oben sind, die gehören nach ganz unten, wenn man schon von Klassen redet, weil wir einfach die falschen Maßstäbe auf Erden haben und wirklich geistige Potenziale zu unterscheiden oder wie Menschen oft irgendwo hinkommen, weil es eben keine Bandbreite an kulturellen Möglichkeiten gibt. Alternative für Schwulsysteme, ja, die gibt es, aber die sind eben, wie der Name schon sagt, noch alternativ und auch da sollte es dann noch viel progressiver sein. Das Herz braucht eben eine glaubwürdige Bandbreite für jedes individuelle Potenzial und einen begehbaren Weg, der dann auch nicht stresst, sondern nach dem eigenen Ermessen etwas formt. alles natürlich auf der Grundlage unserer empirischen Möglichkeiten und das soll ja gar nicht ausgeschlossen werden. Natürlich nicht. Es geht eben um was anderes, dass wir eben viel großräumiger aufgestellt sind, damit wir den Menschen so einschätzen, wie er wirklich sein kann, nämlich facettenreicher, tiefsinniger und begabter als das zugrunde liegende Schulsystem. Und das ist der Mensch. Und um auch nochmal zum Ende andere Quellen mit einzubeziehen, Wikipedia sagt, Autodidakten vollbringen mitunter beachtliche bis herausragende Leistungen, heute vor allem im Bereich der Kunst und der Fremdsprachen. Darüber hinaus auch. Ein besonders ungewöhnlicher Autodidakt war der afroamerikanische Zeichner Bill Traylor, ein ehemaliger Sklave, der mit über 80 Jahren anfing zu zeichnen und dadurch weltberühmt wurde. Auch weltberühmte Psychologen warnten schon vor Jahrzehnten, Begabungen unbedingt flexibler zu ermitteln, weil diese Kinder später darunter leiden werden, wenn diese eben keine angemessene Plattform finden. Das ist ein Schmerz, den Möchtet ihr nicht allein, glaubt mir. Wie willst du? 100 Milliarden Papiere, nehmen wir jetzt mal unsere Variablen der Seele als Papiere an, treibt mal 100 Milliarden Blatt Papiere, ich habe immer 100 Milliarden als große Summe, aber nehmt mal 100 Milliarden Papiere hier und legt die mal alle einzeln hin. Und da müsst ihr die zwei richtigen abgreifen, die in das Schulsystem passen, von den zwei Variablen, wie ihr auswendig lernt und vorbereitet seid und alle anderen Blätter bleiben übrig und dann versucht das nochmal abzugeben, dass einer noch die anderen Blätter beobachtet in dieser Gesellschaft. Gute Sportler, die wurden ja nicht entdeckt, weil sie ihre Leistungen nur auswendig als Schriftform erklären konnten, sondern weil sie einfach zeigten, was sie beherrschen. Ich meine klar, so kinesthetische Begabungen lassen sich natürlich nicht auf alle Berufsfälle ausstrecken. Ich denke aber, ihr könnt meinen Vergleich da abholen, wo er abgeholt werden möchte. Aber es ist schon eigentlich passend. Du kannst als Sportler die komplexesten Bücher zum Thema lesen, dich theoretisch einarbeiten und dafür auch mathematische Prüfungen überstehen, dann auch kosmetische Abschlussarbeiten vorbereiten, dann auch noch die teuersten Kleidungen für den Sport kaufen, aber dadurch wirst du doch kein guter Sportler in diesem Bereich. Das ist doch logisch. Genau deshalb fehlt es uns überall an Begabung und Kompetenzen, weil wir nicht nach den eigentlichen Fähigkeiten suchen, sondern nach der Umsetzung des oberflächlichen Schulsystems. Obwohl etwa wie gesagt 70-90% der Lernprozesse außerhalb von Bildungseinrichtungen stattfinden, hat das informelle Lernen in Deutschland lange Zeit nicht die gesellschaftliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit erhalten, wie man eigentlich erwarten sollte. Und mit der Flexibilisierung der Lebens- und Arbeitswelten werden eben auch die Lernwelten flexibilisiert. Ich bedanke mich vielmals, wenn ihr bis hierhin zugehört habt und ich entschuldige mich natürlich auch für kosmetische Mängel, für Fehler, für einige wilde, chaotische Gedanken, die sich so intuitiv mit eingeschlichen haben. Aber das ist eben genau das, was ich machen möchte. Einfach versuchen, ohne fremden Gehalt, das, was ich denke und fühle, abzurufen und zu vermitteln. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das gefällt oder Teile davon euch bereichern und ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Ciao.